hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge team projekt oder wie man das auch nennen zusammen mit dem gynnie und mit dem chris wo ist denn jetzt der fan katana auf das ist das ist das special das special ich schaue dabei den herrn kollegen dazu wo es die dämonen entladerohr neun meter oder sieben meter zwanzig sieben meter zwanzig reicht euch mal oder ja warte ich muss an das wasser fass boah wie das ausschauen ah fuck jetzt hab ich anbaut ach nie bist du wo hast du? ich hab anbaut oder irgendein glas gemacht das schneitwerk oder was meinst du jetzt? ja soo die schöne gespannter ich denke joe ich hab ne 10 fps also ich hab 60 fps aber jetzt ist das richtige aha schöne schneitwerk ich hab 30 70 fps ich muss einmal ich muss retryen nicht einer folge die ganze zeit nur mit 9 fps rumzuhalten welcher vollprofis gegen die presse gefahren? ich nicht ich war seit du dem gesagt hast es gibt noch andere hallen dann war ich nicht ich mein dann also na da war ich nicht ich hab nur meinen flug eingestellt aber da war noch alles gerade ich hab flug eingestellt jetzt gleich wo kommt denn der katana hin? er steht mit so einem dröscher rein wo ist denn der? bei der hd rechts mit reinkommst du beim hoch die wahlzahle da 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 wollen wir noch so ein drehschirm gespann machen oder? ja solange ich damit nicht rückwärts fahren muss alles ok ja mein Problem ich kaufe doch nen fliegen zwei achsen nochmal ne halber dann anders was was nur geil war ein Regal für die Anbaugeräte für ein Frontloader oder für ein Ding ja äh kommt mal einer mit dem Tele-Lader bitte zum Händlerquand gleich ja ich kann schon machen alles gut der Sound 8 16 ähm 22 ne 32 14 14 das kamerabug f*** ich auch noch ich hab das dml 22 raus ist hab ich den kamerabug nicht einmal gehabt ähm gut ich kenne ich kenne Bienen da Kartoffelverd Perwee ich weiß ja Kartoffelverd soll ich das verkaufen oder drücken wir um runtergrubbern oder oder umflügen kann man das solid was machen mit äh Gabelkuni kann man das nicht mit den äh mit dem Mulher da machen doch aber lass erstmal die ganzen Masche schön machen ja 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 ich verstehe ja ja gut was sind jetzt noch für eine Maschinen ich gucke gerade ob man da irgendwie brauchen können oder so wir hätten da hinten noch Futter gekauft ich 40.000 Leute mach du mal kurz weiter wie überhaupt fällt guck ich weiter wenn ich was brauche nehm ich nen Überladewagen ah eigentlich brauchen wir ja auch keine Überladewagen Herr Kuni hast du für nen Frontlader ne Palettengabel? mh mh alles klar ich glaube jetzt habe ich noch nen kleinen Schäf aber die kann man dann schön für die äh Gewächsreise her nutzen ne Palette Winter Entschuldigung und dann manchmal so ein kleines Ding dann zum hochfahren ja wenn ich 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 meine Palettengabel ja da ist meine Palettengabel ja der Kollege hat Spaß gehabt beim Big Back Grafen ja 40.000 Dollar halt schau da mit ich schau da mit ich könnte dir auch noch helfen beim Beladen oder was naja geht schon ja eigentlich ich zieh mir da Dinger aus den anderen war nicht im Dusch ich glaube jetzt haben sie alle Fahrzeuge zum Hof auf mh ist der Leck ich kann direkt Doppelt machen ja 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 ich kann schreit durch die vier auf einmal nehmen ich habe schon mit dem Tee äh mit dem Teele Lader acht Paletten gleichzeitig gehabt hä wieso geht das äh nebeneinander schieben und dann aufhören dann oben drauf noch ja fein hier haben wir gesagt den Kaufmann da 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 gibt es die Scheiße hier waren von nebenher da ah du machst es so ich fährt jetzt noch ein gewöhnlich hm hm soll ich machen hm hm krassi wie fährt es sich so der Fendt der Fendt der Fendt fährt führt Has halt ne verstehe ich Fendt fährt führt ja Fendt hieß halt geil kann man kurz denken ja ah ah da Frau Dui ich mach das so tschüss hallo bleib schön weins oh bahn oh ich habe vier Lull wie geht das meck meck wer bleibt da stehen ich weiß auf jeden Fall wer Silo schieben möchte ii Ich glaube jeder darf mal, oder? Ja. Ich bin schon auf Glück gefahren, ich habe ja bei Nies auf dem Server. Habe ich die ja selber. Voll, oder? Na. Das lag gerade nur. Eigentlich sollte alles neu gehen. Nach meinen Berechnungen her. 5x8 von Paletten. Ja, jetzt sind noch 1000 Liter übrig. Ja. Eine Palette. Da verlaufen. Dann ist Full House. Warte, was hast du gesagt Guni? Hat der Ding 24 Kubik, ne? Der... Ding, wie heißt der? Oder Mischer? 24, ja. Achso, nein. Noch eine? Naja. Unfalle. Äh, Ball. Gibt dann gleich mal bei den Hühnern, ne? Äh, bei den Hühnern. Ja. Und jetzt wird das wahrscheinlich der Part, wo ich übernehme, oder? Oder auch nicht. Ich versuch's. Gibt es eigentlich mit der Palettengabe noch? Ja. Jetzt musst du mich erst wieder orientieren auf dem Hof. Wo sind denn die Hirner? Ja. Die breite Schlappen hast du ja heraufgezogen, Alter. Habt ihr die Reifen hinten so doppelt so breit wie die Pfanne? Jo, schreibt gerne eure Meinung zum Hof in die Kommentare, die sie noch zusammengebaut haben. Naja, wo ist denn der Hirnerstall? In Lost. Hinter der... Alte mit Toren. Chris, kannst du übernehmen? Weil ich... Mit zu wenig FPS ist nicht gut. Ich bin dumm. Wo ist denn der jetzt? Ah, so vorne irgendwo muss das sein. Noch einen Meter. Noch einen Meter. Noch einen Meter. Meine Kante. Von dem Schlappen... Von dem Schlappen. Ja. Wie beladen wir das jetzt ab? Wenn wir an das Silo hinfahren, dann... ...einfach die E-Trücken nur wieder. mach es mal fest durch die Spanggürtel kannst du durch oder? ja hey warum fährt jetzt auf einmal mein Traktor ohne irgendwas los? was ist das? ja hallo bleib stehen wie klein ist sie? ich sieh doch bei ihm bitte das ist nichts, mein Gott wow wie lange brauchst du denn da für die Augen? hehehe ähm ich glaub die sind ein bisschen schwerer oder? ich hab ja alle für 8 also das muss ich mir jetzt einmal anschauen gehen was die zwei da fabrizieren nix gescheit ahja die Prüf ist am Start ein bisschen schwer hinten auf der Achse ein bisschen schwer hinten auf der Achse ich hab grad 7 Ballen von denen äh 8 Ballen von denen gleichzeitig gehabt da war er ein bisschen schwach hinten auf der Achse hier ist er auch hier ist er auch das muss ich so hin tun was halt perfekt ja ich glaub wir kaufen da nochmal so ein Stapel äh das ist halt nochmal einmal Reu und einmal Silo dann tre jetzt t m t t t t t Komm mal wegen Vorgunny So, jetzt kommt der Profi. Maa, gehört der nimmt alle Pollen. Ich hab auch die Anzeige gehabt, dass er den nimmt, aber irgendwie dann doch nicht. Ja, aber jetzt ein bisschen schräg dran ist. Hallo. Wo ist denn? Äh, was soll ich fragen? Achso. Na ja, weil Gülle fast steht noch am Händler, ne? Wie bitte? Weil Gülle fast steht noch am Händler. Was gibt es, Herr Kollege? Mein sehr geschätzter Kollege hat ja Felgen drauf gemacht, wo ich schon im Stand kotzen könnte. Aber nee. Wir haben dieselben. Ich hab schon gesagt, die Christi fährt Gülle. Aber der wollte ich auch. Ich wollte schon sagen, hässlich und hässlich muss ich zusammenpassen. Was? Ja, dann mischst du ja Gülle fahren bei euch was? Nee. Ja. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ab und dann like das. Wir fahren nur auf den Sohn. Ahja, dann mach weiter. Ich frag jetzt. Ja, tu gut. Kann man... Ja frag doch. Wenn ich mich hier mal ausreden lassen würde. Ah ah. Jetzt du weiter, Alter. Das ist ein Scharrer da, ne? Ich will wissen, ob man euren Häcksler ausleihen kann. Ob was? Euren Häcksler. Vielleicht. Vielleicht. Ja, vielleicht ist keine Angabe. Mit vielleicht kann ich auch vielleicht zum Bäcker gehen und vielleicht Brötchen holen. Sieher kann uns ausleihen. Wann geht's noch mal? Ich wusste gar nicht, dass Christi gehen wie mittlerweile euer Chef ist. Sag ich auch nicht, aber egal. Sympathisch. Ey, also kann man den ausleihen? Ja, wenn er frei ist, ja. 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 Den brauchen wir zum Maissechsen nämlich bei uns. What? Bleib stehen. Hä? Ja, dann passt das. Ich würde mich dann bei euch melden, wenn wir das brauchen. Ja. Machen sie das. Ja, passt. Ja dann. Mutterier ab, Junge. So, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schaut bei meinen Kollegen vorbei, was die zwei da oben auf seinen komischen Hof da machen. Und ja, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Yeah.